Das ist tot, das ist tot. Ach du Scheiße, ey. Ach du Scheiße. Das ist tot, das ist tot. Das ist pure Verzweiflung, ey. Also, ich würde ja sagen, wir schließen Kaufland. Oh Gott, meine Schuhe sind doch nicht wasserdicht. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Fuck, ich hätte meine Bundeswehrstiefel anziehen sollen. Du. Wow. Wow. Ach du Scheiße. Oh Gott. So hier, pass auf auf, weil wir jetzt die Brust vor der Hals in der Runde sind. Gar nicht. Scheiße. Oh Gott. Oh mein Gott, ich kann den nicht. Das war's, Leute, das war's. Wenn da jetzt irgendwo Wasser reinläuft, dann steht hier alles unter Strom, also schnell raus, jetzt warte ich dokumentiere das, das will die Versicherung nachher bestimmt alles sehen. Oh Gott, oh Gott. Und meine Schuhe sind doch nicht wasserdicht. Das kommt so bei viel Wasser, da locken sich die Haare. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott.